Also, stellt euch mal vor, ihr seid Batman, ihr geht dann in die Seite, und dann kommt das so. Guck, bei Batman funktioniert das so. Das Face wollte ich jetzt gerade nicht sehen, weil es war das Fish Face. In your face. So. Ähm, 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 ähm. Nicht mehr viel. Wir gehen auch wieder zurück. Wir brauchen jetzt nicht den ganzen Wald hier abzubauen. Doch, eigentlich schon. Es ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, den ganzen Wald hier abzuhäuzen. Aber wir könnten ein paar Dappen machen, wenn wir nicht für den Dappen bauen. Und dann haben wir hier ein paar Bisschen, die Bühne abzuhäuzen. Und dann haben wir hier ein paar Bisschen, die Bühne abzuhäuzen. Ähm, dann haben wir hier... Dann bauen wir uns eben schnell eine Crafting-Table. Und dann haben wir noch eine Crafting-Table im Crafting-Table. Ähm, da sind wir noch Sticks. Da sind die Sticks. Ach, das ist nicht so. Ich bin heute so blind. Ähm, da haben wir noch die Kommel. Dann machen wir noch. Ziehen wir uns zwei Stück. Ich mach schon mal die Crafting-Box wieder. Weg. So. Bleiben wir noch ein bisschen hier. Weil Holz ist wirklich nötig. Weil Post ist überall. Und Holz ist auch eine gute Ressource, um mal in den Sack zu bauen. Zum Beispiel... Ja... Man kann auch Croft eine Menge damit. Und so brauchen wir halt nicht ständig irgendwelche Sachen rauszugehen. Wie zum Beispiel... Ja gut, nun werden jetzt halt hier Siblings runterfallen. Dass wir die dann nehmen können und, äh... halt eigene Bäume, wo er uns anfangen kann. So ein riesen Wald, ne? Und das wäre jetzt zum Beispiel auch so eine Möglichkeit. So einen eigenen Wald vor der Tür, ja. Da bitte wollen wir uns das Kämpfen gegen die Creeper. Und das ist leichter manchmal. Ne? Wird schwieriger, ne? Wird schwieriger, ne? Wird auch schwieriger machen. Wird halt schwieriger auch, je nachdem wie man die Scheißbein setzt. Oder wie sie wachsen, ne? Oder... Oder man ist einfach nur... Oder man ist einfach nur so... Gut, dass man halt, äh... Ja, die ganze Zeit Dämpfro-Block, äh... Dass das im Endeffekt auch nicht so klingt, ne? Aber ich glaube, wir sind so die ganze Zeit nur Bummen gelegt. Ich denke mal, dass wir jetzt wirklich genug haben davon. Ich muss mal wieder Lava sumpen, weil ich finde es sehr schnell. Und jetzt... Ich muss mal kurz zu wollen. Ich muss mal rein gehen. Und dann nochmal draus machen. Kuhle noch mehr Kohle noch viel mehr Kohle noch mehr Kohle noch mehr Kohle Eisen Eisen meine Freunde Eisen Eisen das ist nochmal schön das gefällt mir mal ja, wir haben aber noch einen, genau das heißt, wir werden uns glaube ich da wahrscheinlich gleich mal etwas anständiges anschaffen Kohle haben wir noch eigentlich eigentlich nicht wenn dann verbrennen wir allerdings machen wir uns äh alles Kohle ja ich lasse jetzt die Kohle erstmal hier benutzen Spitzhacke jetzt nur für Eisen sonst muss es ein bisschen mehr sichtbar damit ihr auch ein bisschen besser sehen könnt weil ich sehe selbst nicht sooo was ist das denn hier Sonntgebiet was machst du denn was machst du denn das kann da ein ich bin ja nicht da oben ich bin ja nicht da oben Hedgehog voll ins Knie voll ins Knie voll ins Knie hooooyy shit das kann du denkst du denkst du denkst ja juta So, wo da hinten leuchtet es? Und hier werden wir abgeschossen. Aber ich möchte jetzt echt nicht riskieren, dass wir sterben, weil... Ich denke mal, das ist schwierig, wieder zurückzufinden. Aber ich glaube, hier ist Lava. Uh, geil, und schon wieder Kürbisse. Äh, ja, und... Ähm... ...und den Matals. Jawohl, passt doch noch mal. Ich meine, dass wir eben noch einen geholt haben im Kürbis, deswegen passt der jetzt noch mal. Oh, nee. Was hab ich eigentlich... wer ist da meine Idee? Oh, hier ist ein Schweine ohne Ende. Da könnte ich ja direkt ein paar... 20 abschlagen, ey. So, holen wir uns mal einen 64er-Stack rein, ne? Aber... Bleib doch mal Stehensäule! Ich tue dir ja nix. Reinschicken! Hau mal rein! Oh, mein Chicken! Ja, danke für Chicken. Aber, du Schwacko, das ist ein... Und mies, wenn du das mal... Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Das braucht man nicht. Zero. Was braucht man denn noch nicht? Äh... Bone... Zum Beispiel zu Bone Meal machen. Ähm... Zwei Feine... Naja, wo du den Boden spielst. Genau. So hab ich's. Oh, okay. Nein, wie schön ist das, ey. Guck, schlaf ab. Schlaf ab und lande. Das geht ja mal gar nicht. Hier könnten wir zum Beispiel hinziehen, aber... ...hätten wir ja... ...hätten wir ohne ihn zu fraisen. Genügelt Holz, definitiv. Ähm... Zuckerrohr... ...wächst hier wie... ...Sand am Strand... Ähm... Ja. Oder wir nocken hier einfach mal alle Schweine aus, ne? Das wäre auch so eine Sache. Aber das wäre, glaube ich, auch die brutalere Art, die man machen könnte. Oder sowieso einfach mal die Ressourcen machen. Wenn die schon... Nee, ich weiß nicht. Ja. So, dann machen wir's mal auf meinem Weg. Schlachtenräume auf dem Schweinejahr. Ja. Und ich bin der Eisen. Holy fucking shit. Das Eisen, aber nicht gerade wenig. Wir können uns unterarbeiten. Wir können uns unterarbeiten. Wir können uns unterarbeiten. Können... Ja, die rache gehen. Dann machen wir's mal auf meinem Weg. So, dann machen wir's mal... ...ähm... ...häh... Ich will nicht sterben ey. ...häh... Aber ich werde sterben. Ich walle diese Ressourcen. Und da ist mein Reis... Ja... Oh, scheiße... Oh, mein Gott... Haben wir ja gewerbt gerade... Wir haben's überlebt, meine Freunde, wir haben's überlebt! Okay, ich bin jetzt um einiges erleichtert, weil wir jetzt hier gerade eine Menge Eisen einkassieren. Und danach bauen wir uns hoch mit meinem Like-Einstein hier, wo ich das Eis kassiert habe. Und dann kommen wir wieder nach außen mit einer Gruppenwelt, ne? Genau. Ähm... Wer fragt sich jetzt, wo ich mich hinfrauben soll. Steck mich in die Ecke. So. Schweingereg, ich geh ja wieder. Oh... Oh, ich hab's richtig geil... Ich hab's richtig... Ich hab's richtig geiles Zeug so vor. Äh, stimmt. Hier geht's nicht weiter. Ähm... Torches... Ehm... 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 Menge Ressourcen holen können. Weil Tiere fahren sich ja auch von einer... Eine meine ich. Oder weil man sie nicht messen kann. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt wieder irgendwo... Bullshit erzähle hier. Und nachher stimmt nichts. Das kenn ich hier schon. Eisel. Eisel... Eisel... Eisel. Ja, eisel. 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 wenn er echt sonst so nicht zu mir ist, dann ist da echt wirklich nichts mehr. Weil die sind gerne mal irgendwie drunter und die sind nicht immer nebeneinander. Deswegen wirst du halt nicht immer machen, aber ich würde es empfehlen. Ich empfehle es erstmal überhaupt nach Hause zu finden. Da fangen die Gebirge wieder an, das heißt wir sind jetzt wieder zu Hause. Also haben wir es geschafft. Unsere Expedition mit dem ganzen Inventar wollen. Das ist zu Hosen wieder nach Hause gekommen, das ist sehr schön. Wenn ich den Freund fangt um die Gebirge wieder an. Und wir haben es echt geschafft, nach Hause zu tun. Das heißt gar nicht Kohle in den Ofen oder am besten den zweiten Ofen anbauen. Äh aufbauen, nicht anbauen. Keine Öfen anbauen. Kohleofen anbauen, aufbauen. Da ist ja unser Kennzeichen. Da wohnen wir. Wo Lava ist. Ne? Aber... Können wir eigentlich nicht beschwischen. Äh... hier unten ist unser... Autsch. Nicht unser Autsch, sondern... Ihr wisst schon, was ich meine. Ja... Komm auf zu stocken, du sagst.